Wir sind hier im Smart Home und haben hier den SonicShare. Wir sind Partner der Smart Homes und wir haben den SonicShare in zwei Bereichen eingestellt. Das ist zum einen das Büro. Der SonicShare ist eine akustische Insel mit Lautsprechern auf beiden Seiten und im oberen Bereich und mit Körperschall innen drin. Wir nutzen hier den Büroraum als Hörsessel gegenüber einem großen Bildschirm. Die Übertragung vom Bildschirm erfolgt per Funktechnik. Synchronize nennt sich diese Technik und sie hat etwas Besonderes. Sie liefert den Ton ohne Delay, das heißt ohne zeitliche Verzögerung synchron zum Bild, was sehr wichtig ist. Man kann hier die Lautstärke regeln und hier den Körperschall. Der Körperschall liefert den Anteil am Klang, der sehr tiefe Töne über den Fußboden oder über sehr laute Lautsprecher übertragen wird. Wir haben damit die Möglichkeit hier innen drin laut zu hören, ohne dass man Außentil wahrnimmt. Außerdem kann man den SonicShare über Bluetooth betreiben, das heißt mit dem eigenen Handy kann man die Musik einspielen. Ich wähle den SonicShare aus und spiele die Musik ab. Wir sitzen hier in einem besonderen SonicShare, der innen und außen mit hochwertigen Semi-Analynleder ausgestattet ist, innen drin mit einer feinen Perforation und alle Metallteile, die sichtbar sind, sind mit einer schwarz-chromen Schicht handpoliert und aufgelegt. In diesem SonicShare ist ein iPad angeschlossen. Ich kann hier die Musik auswählen und abspielen. Wir freuen uns auf die Resonanz des Publikums hier auf der Kölner Möbelmesse und werden weiterhin die Projekte im Smart Home verfolgen.